Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit Strategienbeitragsaktionen zu Version 3.8, wo man bis zu 6000 Urgestein gewinnen kann. Außerdem noch extrem viele Fanartikel. Wie das Ganze funktioniert, sage ich euch jetzt in diesem Video. Bevor wir anfangen, was man genau machen muss, sage ich euch noch kurz, was man gewinnen kann. Es gibt 5 Goldgewinner, die kriegen eben 6000 Urgestein, zusätzlich Fanartikel, Silber, das sind 10 Leute, die gewinnen 2000 Urgestein und außerdem andere Fanartikel Bronze gibt es 20 Mal, die gewinnen 1000 Urgestein und ein Geschenkpaket der Reihe Online Konzert. Und Teilnahme, Belohnung, für alle, die erfolgreich teilgenommen haben, kommt ein Strategiebeitragsaktionsprofilbildrahmen für das Hojo Lab. Was muss man machen? Man muss Strategien zur Version 3.8 veröffentlichen, in diesem Beitrag. By the way, also ihr müsst das hier oben einreichen, das ist ganz wichtig und dann seid ihr erfolgreich dabei. Allerdings gibt es dafür natürlich ein paar Anforderungen und Regeln. Die Bewertung des Ganzen wird von einem besonderen Bewertungsteam durchgeführt. Und das Bewertungsteam wird alle eingereichten Strategien auf Aktualität, Objektivität, Vollständigkeit, Genauigkeit, Anwendbarkeit, Darstellung und anderen Faktoren bewerten. Daher besteht die Möglichkeit, dass die tatsächliche Zahl der Gewinner geringer ausfällt, als quasi das hier oben. Also es ist quasi vorgesehen, dass 35 Leute ausreichende Beiträge für Gold, Silber und Bronze einreichen. Es könnte aber theoretisch passieren, dass nur 5 Leute überhaupt für Bronze qualifiziert sind, keiner für Silber und keiner für Gold. Und dann bekommt das auch keiner theoretisch. Kann passieren. Aktionszeitraum vom 5. Juli bis 13. August, also die gesamte Zeit der Version 3.8. Der Bewertungszeitraum ist vom 14. August bis 12. September. Ergebnisverkündung am 13. September. Und wie das verschickt wird, steht dann auch noch dabei. 15 bis 60 Tage je nach Belohnungsart. Und dann kommen wir zu den Anforderungen an die Einreichung. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr viel Text. Also erstmal muss es im Eventzeitraum stattfinden, also bis zum 13. August. Gut, es ist simpel. Man kann Text und mindestens 5 Bilder veröffentlichen. Kein Bild größer als 20 Megabyte. Höchstens 100 Bilder pro Beitrag. Es gibt aber dafür noch eine Ausnahme, warum man das nicht unbedingt muss. Eingereichte Beiträge müssen den Aktionsanforderungen entsprechen, weil die Inhalte der Beiträge mit dem jeweiligen Titel übereinstimmen sollten. Muss geordnet, logisch, klar und möglichst inhaltlich fehlerfrei sein. Darüber hinaus dürfen keine Inhalte kopiert oder gestohlen werden. Es dürfen auch GIFs und Videos erscheinen, um die Inhalte ansprechender zu gestalten. Bei gut gelungenen GIFs und Videos gibt es Bonuspunkte. Wenn ein Beitrag Videos enthält, die länger als 3 Minuten sind und gesprochene oder geschriebene Erklärungen enthalten, geht die Anforderung von mindestens 5 Bildern für diesen Beitrag nicht mehr. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, quasi Text und mindestens 5 Bilder. Ja, aber wenn ein Beitrag Video enthält, das länger als 3 Minuten ist und gesprochene und geschriebene Erklärungen enthalten, äh, oder geschriebene Erklärungen, geht die Anforderung von 5 Bildern nicht mehr. Dafür muss das Video aber selbst gemacht sein und in der Beschreibung auf YouTube folgenden Satz enthalten. Dieses Video ist Teil der Strategiensammlung. Und man muss eben den Link zum Beitrag eintragen, weil sonst das Video quasi nicht als dein eigenes quasi festgestellt werden kann. Das wäre wahrscheinlich sogar die leichteste Methode, daran teilzunehmen, also einfach ein Video zu machen, weil dann kann man sich alles andere im Endeffekt sparen. Weitere Anforderungen in den eingereichten Werken dürfen keine Fanbilder von anderen als Beitragsbanner verwendet werden. Wenn Beiträge gegen diese Regel verstoßen, werden wir entsprechende Banner löschen. Als Banner dürfen nur offizielle Bilder, Screenshots aus dem Spiel oder selbstgemachte Bilder verwendet werden. Die Werke von anderen dürfen nicht gestohlen oder kopiert werden. Beiträge von Nutzern gegen die... Na gut, das ist eh klar. Wenn in den Werken Inhalt erscheinen, die gegen Community-Regeln verstoßen, wird gemäß den Community-Regeln verfahren. Also man darf einfach nichts klauen, man darf nicht gegen die Regeln verstoßen und man soll keine Fan-Banner von anderen Leuten verwenden. Genau. Die Gewinnnachricht wird über das Spiel verschickt und man soll seine UID im Pro-U-Lab noch hinterlegen. Genau. Und dann hier unten noch so ein paar zusätzliche Hinweise. Man kann mehrere Strategien einreichen, aber pro UID nur einen Preis gewinnen. Wenn mehrere Strategien für Seiten von Preisen ausgewählt werden, wird letzten Endes nur der jeweils höhere Preis vergeben. Genau. Ihr seht schon, hier wird schon wieder irgendwas eingereicht. Ich right now... Oh my god, he's so cute. Ich möchte seinen Hut tragen. Ich bin sprachlos. Das hat absolut nichts damit zu tun, was man hier tun soll. Wie immer, mein Tipp, wenn ihr wirklich interessiert seid, daran teilzunehmen, gebt euch ein bisschen Mühe. Und ich garantiere euch, ihr habt eine relativ gute Chance, hier dabei zu sein. Die meisten Beiträge sind kompletter ausgemachter Blödsinn, wie das hier zum Beispiel. Und die erfüllen einfach die Werke nicht. Hier zum Beispiel ist zweimal der gleiche Screenshot eingereicht worden. Also ich habe mir jetzt die Beiträge nicht angeschaut. Kann sein, dass das durchaus was anderes ist. Aber es ist einfach, wie gesagt, manchmal echt schwierig, weil manche Leute einfach nicht lesen, was hier steht. Und dann vielleicht sogar riskieren, dass sie permanent von solchen Aktionen ausgeschlossen werden. Weil man das eigentlich nur riskiert, wenn man Beiträge von anderen klaut. Genau. Also eigentlich nur dann. Also wenn man nichts klaut, dann wird man eigentlich nicht ausgeschlossen. Aber trotzdem würde ich es halt auch nicht wirklich riskieren, hier irgendeinen Schwachsinn einzureichen. Also entweder ich reiche was ein, wo ich mir zumindest halbwegs Mühe gegeben habe. Oder ich reiche gar nichts ein. Alles andere macht eigentlich keinen wirklichen Sinn. Und ja. Damit sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen verständlich erklärt. Wie gesagt, die Regeln ist vor allem das hier, Anforderungen an die Werke. Und wenn ihr das erfüllt, dann seid ihr auf jeden Fall am Start hierbei. Oder ihr könnt einreichen, was auch immer ihr wollt. Es können Guides, Tipps, Tricks, Anleitungen, was auch immer sein. Vollkommen egal. Hauptsache, es hat mit 3.8 zu tun. Und stellt halt in irgendeiner Form eine Hilfestellung für andere Leute dar. Wie genau das aufgebaut ist, könnt ihr selber entscheiden. Aber es muss halt wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, nachvollziehbar logisch und so weiter sein. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Ich würde mich selber ein Like, ein Abo von euch freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal mit Gästen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal mit Gästen.